Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Leute, heute spielen wir mit Minecraft BadRoss, aber heute mal mit seinem lieben View2. Moin. Link von ihnen natürlich auch unten in dem Videobeschreib. So schaut, gehen wir vorbei, Leute. Und heute spielen wir mal BadRoss, aber mit Waffen. Genau hier, also wie siehst du, Battle ist schon eingebaut und du hast hier eine Pistole. Äh, ah lol. Kann man von hier aus schon zu den Gegnern schießen? Äh, ich glaub so weit reißt der Schuss nicht. Warte, man kann die doch jetzt einfach hier runter schießen, oder nicht? Ja. Ich glaub so weit gehen Schüsse nicht. Ah, ich seh's. Das ist einfach dir safe. Ja, ich hätte es noch gefeiert, hätten wir auch so ein Tech-Jap-Pack verlangt. Ja, das stimmt. Wollen wir auf Schraubnis sparen? Ja, und unterreiter Waffen sind es halt noch weitere Waffen. Echt? Ja, da kannst du halt noch mehr Waffen eben brauchen. Das sind alles nur Hacken. Ja, aber halt unterschiedlich. Ich glaub, die Dier-Hacke ist es. Ja, genau. Ich kann gleich Schraubnis holen. Tü-Tü-Tü, Digga, dem ist ja tot wie der Waffe. Tee, wir haben Schottes. Ach, das zählt gar nicht für die Waffen. Ich dachte mir, das macht dann mehr Schaden, die Waffen. Ne, ne. Die spammen halt auch die ganze Zeit. Ja. Okay, wir haben Heal-Pull und Rüstung. Ja, ist nice. Ich hab auch schon gleich eine eigene Rüstung. Ich glaub, Rüstung macht sehr viel Sinn. Weil es ja auch gegen die Waffen was bringt. Ja. Jo. Es bringt halt nicht mal was mit Schwer zu machen, weil die Waffen viel mehr Schaden macht. Ich hab einen Feuerball drauf geschmissen. Ich bin glaube nicht. Okay, wir sehen jetzt weiter die. Ich glaub, jetzt wird's leichter sein, die zu brischen. Kannst du grad Blöcke sogar wegschießen, oder? Ne, kann man nicht, glaub ich. Ja, vor allem ist grad halt der Block, den ich vorhin drauf geschossen hab. Und ich hab jetzt nur SG. SMG. Wie viel kostet die? Geht sicher Eisen. Jo. Was? Achso, ne, Eisen. Achso, ja, okay, dann. By the way, wenn du runtergeschossen wirst, dann tu deine ganzen Sachen in dieses Crafting-Ding oben rein, weil dann kriegen die die Ressourcen nicht. Also ganz schnell deine besten Sachen oben in das Crafting-Ding. Ja, moin, das geht ja wirklich. Ist halt schwierig hier zu pushen, weil du halt übel schnell down bist, ne? Er starb im Nahkampf mit mir, wo ich auf ihn geschossen habe. Ja, das, moin ich, das bringt gar nichts. Man kann halt hier fast nicht pushen. Ist halt das Problem. Schau, einer ist schon tot. Das, du bist ja so ein Opfer, wenn du kommst. Geht hin. Ich schlag mir das Schwert. Wir sind beim Nahkampf. Sehr gut. Ich hab ihn abgestoppt, sorry. Ja, alles klar. Ja. Ja, ich bin dran. Du kannst auch für, für Waffen upgraden, ne? Echt? Als ob. Die müssen wir machen. Wahrscheinlich haben die die schon die ganze Zeit gemacht. Runde. Die kommt, die kommt. Okay, einen haben wir. Nice, den haben wir. Ja. Ich hab drei. Ich hab zwei. Jetzt hab ich gleich drei, weil dann haben wir Waffen upgrade. Okay, ich geh schnell. Sehr gut. Wir haben jetzt ein Waffen upgrade. Warte. Warum können die mich hitten und ich sie nicht? Du kannst doch mal so far, als würden die irgendwie durch Blöcke schießen. Nein. Der ist durchgekommen. Das ist so ein Witz. Einfach Spam. Einfach rein. Hab einen Tod, hab einen Tod, Bob. Endlich. Diese geht so. Ja. Geil. Ja, aber let's go. Du musst, geh schnell hoch zum Dias. Einer ist komplett low. Die haben mich beide durch Blöcke gehittet. Hä? Man kann sich Waffen, also man kann, dann hat man mehr oder was? Weil ich habe zwei Pistolen. Weil in der Chest waren Pistolen. Dann jetzt hab ich zwei. Ja, ich hab mich da reingemacht. Warum? Weil ich, halt nur so. Ich kaufe das mit Gold, meine Waffe. Was ist das da für einmal? Das Survival ist auch schnell. Ich glaub, die SG lohnt sich am meisten. Einer ist low. Ich geh schnell, weil ich hab vier Dias. Ich will die jetzt nicht verlieren. Der. Man, so viel Schaden. Der ist richtig low da oben. Der da. Ja, den haben wir, oder? Ja, wir haben ihn. Den hab ich unwertig. Ah! Ich hab noch zwei AP gehabt. Das könnten wir noch gewinnen. Ja, wir haben ihn. Na, ich glaub, die holen schon die ganze Zeit Emeralds. Kommst du? Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Ich hab ihn einmal getroffen. Zweimal getroffen. Er hat sechs AP. Hab ihn. Mit Schwert. Oh mein Gott, hat er da viele Ressourcen. Komm, warte. Ich... Oh, ich muss wandbauen, 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 wandbauen. Hier in Fortnite. Er wurde ja durchwand geschossen. Keine Fortnite heute. Warte, da sind sie schon. Bleh. Ja, geil. Komm, das kannst du noch schaffen. Hast du Shotgun? Yo! So, komm. Aber hier, vielleicht können wir jetzt ja gewinnen. Ey, wir sind Schwierer Team Blau. Ja, moin. Ey, wir werden sofort auf Waffen Upgrades, oder? Wir haben schon zwei, wir brauchen drei. Ja, ich will zum Fall auf Waffen gehen. Nein. Ich bin da am Compotor ab. Nein. Nein, ich hatte... Ich hatte Dias. Die haben zwei Dias. Ja, ich kann fliegen. Oh moin. Ich konnte gerade, obwohl ich gelebt habe, schon fliegen. Och, ich wurde gekickt. Ja, ja. Mann, aber... Hey. Ja, gut. Ja, dann mach eine neue Runde. Wie du immer rausläufst am Anfang. Das finde ich richtig funny. Naja, das habe ich gemacht, ja. Das machst du auch ohne. Wir sind Blöcke runter... äh... weggepackt. Ich komme hinterher, okay? Taktisches Woiden. Ja. Taktisches Woiden war das eigentlich nicht. Das ist alles geplant, wenn ich störe. Wir müssen aufpassen. Wir werden von der anderen Seite gepusht. Komm zurück, komm zurück. Kacke. Bisschen bounce. Ich bin gewoided. Pass auf, wenn die kommen. Ich brauche ein Deer. Kann ich den? Ich hole den schnell, komm. Egal. Halle auf der Rotat Feuerwehr. Im Moment. Junge, er trifft nicht bis dahin. Wie kann das sein? Ich habe halbes Herz. Ja. Nein, 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 nein. Ah, Mist. Ich gucke jetzt da. Sie haben ganz schnell versucht, Pink zu pushen. Der kann bis hier rüberschießen und ich nicht. Das ist doch... Wie kann das gehen? Hat er vielleicht noch bessere Waffe als du? Nein. Er spielt in einer anderen Waffe, halt im weißen Schweifart. Wow. Äh. Pink. Die kommen. Ja, Pink ist bei uns. Äh. Oh, Mann. Damit hat er nicht gerechnet. Damit hat er nicht gerechnet. Damit hat er nicht gerechnet. Komm, 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 komm. Schnell, schnell, schnell. Mich hat ein Bett von Pink. Gipi. Sehr nice. Der hat's an. Ich bin mir gleich noch da. Äh. Rot, Rot macht richtig Auge. Warte, ich hol mir Feuerbälle. Komm, 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 komm. Okay, nice. Finger weg. Sehr nice. Sehr gut. Achtung, da ist ein Loch. Ja. Haha. Junge, wirklich. Ich hab Feuerbälle. Einen schieß ich mal aufs Bett. Ja. Ich komm. Ja, Mist. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja. Schade. Ja, Leute. Wir haben euch natürlich die Video gefallen. Wir haben leider nicht gewonnen. Sind wir auch schon mal Platz 2 geworden. Ja. Und ich finde den Spielmodus persönlich sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, wie fandest du ihn? Ja, ich fand ihn auch sehr nice. Wie gesagt, Leute. Viewtour ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch gerne mal bei ihm vorbei. Er macht auch noch Minecraft-Content. Und solltest du neu sein und du willst keine weiterhaken, wie es mir jetzt überpassen kannst, kannst du gerne kostenlos ein Abo lassen. Und gerne auch die Glocke aktivieren. Keine weiterhaken, wie es mir jetzt überpassen. Wir haben das erstmal einfach, Leute. Und, ähm, ja. Und wir wollten euch noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao.